Willkommen auf der nächsten Stufe der Innovation von Rexel Germany mit Microsoft Tolerance 2. Als Elektro-Großhändler haben wir circa eine Million Produkte im Portfolio. Die stetige Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung treibt uns an, Dinge möglich zu machen, die man sich im normalen Arbeitsumfeld noch nicht vorstellen konnte. Gemeinsam mit Augmented haben wir es geschafft, dass mehrere Mitarbeiter gemeinsam an einem 3D-Modell arbeiten können. Beim Neubau und Ausbau unserer Logistikzentren können wir durch 3D-Modelle bereits Planungen in Live-Umgebungen gemeinsam besprechen. Dadurch wird die Effizienz und Qualität unserer Projekte enorm gesteigert. In unserem neuen Logistikzentrum in Frankfurt konnten wir dadurch bereits mehrere Optimierungen für den Bau unseres Auto-Stores vor der Realisierung verwirklichen. Wir sind in Industrial Metaverse angekommen. Wir können nun auch Mitarbeiter über verschiedene Standorte hinweg zusammenbringen. Über Avatare können wir punktgenau Dinge an 3D-Modellen über tausende Kilometer hinweg besprechen. Dadurch sparen wir Kosten und tragen einen deutlichen Teil zur Einsparung von CO2 für unsere Umwelt bei.